Wir sind hier bei unserer Auspackstation, wo wir schlussendlich all die Retouren annehmen. Wie man hier sieht, ist es ein grosser manueller Prozess. Jedes einzelne Päckchen, egal wie es daherkommt, wo wir eigentlich so auspacken, ein wenig Weihnachten sozusagen. Einfach x-tausend Mal und das jeden Tag. Wo dann die Retouren kontrolliert werden.